Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MyTime mit Potia. Ähm, wir haben voll den Plan. Es läuft mal. Ähm, was wollte ich jetzt schauen? Ähm, Inventar. Ne. Charakter, ja, brauchen wir nur ein bisschen, bis wir aufsteigen. Ähm, Soziales. Ähm, ja, irgendwie mag uns keiner. Kennen wir eigentlich schon überhaupt alle? Nein, wir kennen noch voll viele Leute nicht. Voll krass. Ich glaube, wir müssen mal in die Spize ausschauen. Paul, die haben wir heute schon geredet. Den Doktor hatten wir heute auch schon. Sie hatten wir auch schon. Ich glaube ja nicht, dass man zweimal am Tag da essen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht geht. Oh, da ist Canggu. Den haben wir heute auch schon geredet. Und die drei haben wir heute auch schon gehabt. Kann ich nochmal hier essen? Oh, schade. Ich wusste, da war was. Ja, irgendwie, ich brauche halt Geld, aber ich habe halt kein Geld. Aber ich weiß doch, ich könnte mir höchstens so ein Brot von dir kaufen. Ich glaube, die hat auch schon zu, ja, 19.30 Uhr dazu. Ähm, okay, da ist der Scheck. Die mag Aroma-Äpfel. Achso, das ist ihr Bruder. Ich dachte immer, das wäre ihr Sohn. Ja, das ist so, da kann man so eine alleinerziehende Mutter heiraten. Aber okay, so macht das natürlich mehr Sinn. Okay, drei. Ja, ich könnte dir eine Forschungsdisk schenken, aber es lass ich mal lieber. Hallo, Mia, du. Hey, die mussten uns doch schon kennen. Wir waren schon mal in dem Forschungszentrum. Egal. Hallo, Tobi. Hallo. Natürlich wirst du mal der beste Schwertkämpfer der Welt werden. Was hat der Higgins da? Nichts. Hallo, Polly. Okay, es sieht Schild da. Ähm. Können wir irgendjemanden jetzt gerade noch finden, mit dem wir heute noch nicht gelabert haben? Also ich weiß, dass es Leute gibt, die wir noch nicht gelabert haben, weil es fehlen ziemlich viele noch nicht viele noch auf die Liste, aber... steht da oben eine stehende Schatztruhe. Ja, wie komme ich da hin? Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Kann hier nicht einfach genau vor mir eine Schatztruhe stehen, ist voll scheiße. Da sind nämlich echt manchmal gute Sachen drin. Da schreibt Pinky. Da ist Lee. Kuva hatten wir schon. Nora. Bleib stehen. Die ist... Wie sieht's aus? Ist das Ding schon fertig? Ja. Platz 10. So, jetzt haben wir das nächste Tag fertig. So, und jetzt brauchen wir nur noch den Körper. Fünf Browserplatten, zwölf Steinziegel. Ach, Mann. Mhm. Okay, wir brauchen noch mal keinen Koffer mehr. Wir brauchen jetzt Steinziegel. Fertigen. Ja. Sehen. Ja, cool. Das dauert dann wohl länger. Und hier brauchen wir Browserplatten. Wir können nur eine fertigen, weil wir wieviel dafür brauchen? Drei. Und jetzt gehst du dann brauchen wir fünf. Nee, so geht das nicht. Aber ich kann jetzt gerade keine Holzding holen. Hm. Ich würde fast sagen, wir gehen schlafen, machen es morgen. Ähm. Da ist der. Dann wird, glaube ich, nichts. Kupfer haben wir da. Und das haben wir auch da. Okay, ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal schlafen. Und morgen ist dann der nächste Tag, wo Angel-Turnier ist. Gott. Ja. Wir gehen einfach mal schlafen. Ja. Ding Dong. Das ist auch nicht auf der Xbox. Dann wachen wir mal auf. Dann, ja, schön, dass wir nur noch heute in die verlassene Mine können. Aber ich glaube, wir müssen da auf der Zeit nicht rein, weil wir ziemlich viel Kupfer haben. Weil heute sieht mein Plan eher so aus, wir holen uns Holz und diesen Kokon und gehen zu diesen Angel-Dings und bauen uns noch einen zweiten Ofen, dass das alles ein bisschen vorangeht. Weil wir haben jetzt über Nacht hier zwei von denen und vier von denen. Braucht halt alles ewig. Hätte ich lieber noch so einen Ofen. Haben wir keinen Stein mehr oder ist das Ding dann voll? Ich glaube, ja, das Ding ist dann voll. Ähm, ja. Wir können jetzt hier noch so eine schöne Platte machen. Wir brauchen halt fünf davon, also holen wir uns jetzt einfach noch einen Ofen. Oh, das waren fünf, wo wir da gebraucht haben. Ja. Zurückholen, bestätigen. Hier machen wir uns noch so einen schönen Steinofen. Das ist wichtiger. Oh, wir haben Post. Oh, Forschungsergebnis. Ein einfacher Ofen. Oh, den könnten wir eigentlich auch gleich bauen. Jetzt holen wir uns das erste Mal ein bisschen Holz, weil wir müssen auch unsere ganzen Sachen volltanken. Ach, da läuft der Leo war. Den sieht man sonst nie. Hallo. Ja. Ja, boy. So, jetzt trinken wir gegen ganz viele Bäume, würde ich mal sagen. Und hoffen, dass ein Kokon runterfällt. Ja. Eine Gummifrucht. Das ist jetzt nicht gerade das, was ich haben wollte. Ich möchte ein Kokon haben. Ich möchte das mitmachen. Irgendwie kommt da nichts Gescheites runter. Bitte seid wohl ein besserer Baum. Also ich weiß, dass die halt welche haben, aber die wollen uns irgendwie keinen geben. Später in dem Spiel hat man die wahrscheinlich zu tausendfach. Mich interessieren die Gummifrüchte nicht. Ich möchte nur... Hm. Ich möchte gerade weinen. Das möchte ich. Ja. Der hat uns ganz viele... Elf tolle Gummifrüchte eingebracht. Ganz toll. Da kommt wenigstens mal Honig runter. Oh, da ist der Adid. Nö. Ah, wir haben den Kokon. Ja. Bye. Ich bin da ganz stolz mit meinem Honigtopf. Wir haben fünf Honig. Können wir verschenken. Ähm. Ja, wo war ich? Ähm. Ich wollte schon, was der einfache Ofen braucht. Weil der uns schneller mehrere Sachen bringt. Ähm. Wo ist er? Einfacher Ofen. Marmordielen. Vergiss es. Ich nehme lieber noch einen kleinen. Steinofen. Ähm. Zehn Holz. Okay, wir brauchen noch Holz. Ähm. So komme ich. So springe ich. Ähm. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge für Malta mit Portia. Bis dahin. Tschüss.